Wir haben zum Beispiel Zugriff auf Pakete, die noch gar nicht veröffentlicht sind. Hallo, ich bin Steffen und ich möchte dich heute mal in den Aquasoft VIP-Club mitnehmen, weil wir werden viel gefragt, für wen ist denn eigentlich dieser VIP-Club, was ist in diesem VIP-Club und das möchte ich dir einfach mal zeigen, zumindest den aktuellen Stand, weil der Club sich ja auch die ganze Zeit weiterentwickelt. Ja, also der VIP-Club, was enthält der eigentlich? Ein ganz wichtiger Punkt ist, und das wirst du auch sofort sehen, so wie du dort Mitglied bist, dort sind alle Erweiterungspakete enthalten, die es jetzt gibt und alle, die es geben wird. Das heißt, als wir den Club gegründet haben, waren es deutlich weniger Pakete. Jetzt sind es 20 Pakete für die Diashow und 9 Pakete für U-Design, die, wenn man sie einzeln kaufen würde, allein schon 590 Euro kosten und die sind sofort im Programm freigeschaltet, ohne dass du da dann zusätzlich was tun musst. Ja, das ist schon mal eine Möglichkeit, deine Kreativität auszukosten. Ein weiterer Punkt ist, dass wir dort sehr viele Beispielprojekte zur Verfügung stellen, und zwar auch Stand jetzt sind es 45. Wer weiß, wie viele es sind, während du dieses Video jetzt siehst. Diese Projekte, die sind nicht nur schön beschrieben mit einem Text zum Nachvollziehen, sondern lassen sich auch mit einem Klick direkt im Programm öffnen. Das ist sehr praktisch, das werde ich dir dann nachher auch mal zeigen, wie das aussieht. Der nächste Punkt ist, dass du Zugang zum Premium-Support erhältst, das heißt, alle deine Anfragen werden schneller beantwortet. Das Herz der ganzen Sache, wo wir direkt miteinander kommunizieren können, ist eine exklusive Gruppe auf Facebook, wo wir auch Videos tauschen, wo ich zum Beispiel sehr viele Live-Videos schon hochgeladen habe. Zum Beispiel konntest du mir zuschauen, wie ich für meine Fotos aus dem Toskana-Urlaub zusammengestellt habe, ein Intro erstellt habe und interessante Partikel-Animationen habe ich mal vorgeführt oder die neuen Pakete vorgestellt. Da kommt immer mal wieder was Neues. Nicht nur von mir oder von meinem Team kommen Inhalte, sondern auch natürlich von dir und anderen Mitgliedern. Die können dann wunderbar in dieser Gruppe ihre Projekte teilen oder ihre Videos teilen und dann darüber diskutieren, ein oder andere Lob kassieren natürlich und auch Tipps bekommen, wie man vielleicht was verbessern kann. Den VIP-Club, den kannst du ganz einfach über ein Abo beziehen, was du dann auch im Kunden-Login jederzeit verwalten kannst. Komm doch mal mit auf die Reise. Also ich habe jetzt hier schon mal die Webseite aufgemacht für die exklusiven Projekte im VIP-Bereich und ich scrolle jetzt einfach mal durch, damit du siehst, was da alles schon drauf ist. Also eine ganze Menge. Ich klicke hier jetzt eins an. Hier siehst du auch gleich, wir haben die textuelle Beschreibung. Jetzt hier ein Beispielvideo, wie das Ganze dann aussehen wird. Also du kannst das Projekt einfach herunterladen als ZIP-Datei und es dann selbst verwalten. Aber viel einfacher ist es, diesen Knopf zu drücken. Direkt im Programm öffnen. Klicke ich drauf und frage dann noch einmal, ob es jetzt wirklich geöffnet werden darf. und es öffnet das eben jetzt hier in diesem Fall in Stages. Wenn du Diashow Ultimate oder Premium hast, dann geht es natürlich genauso. Dann öffnet er entsprechend das passende Programm, was du eben hast. Ja, da passiert dann automatisch der Download. Er fragt ihn jetzt nur noch, wo er das Projekt ablegen soll. Hier in diesem Fall in einem temporären Verzeichnis, das zum Programmende gelöscht wird. Das ist prima zum Ausprobieren. Oder du nimmst eins, was dann auch erhalten bleibt, wenn du damit weiterarbeiten willst. Ja, und da ist es schon. Ich spiele das mal kurz ab, das Projekt. Und du siehst, das ist genau das, wie es auch in diesem Beispielvideo war. Du kannst jetzt einfach die Bilder austauschen oder eben diese Ideen, wie sie hier umgesetzt sind, jetzt für dich mitnehmen und in deine eigenen Projekte adaptieren. Ja, du musst kein Profi sein, sondern du kannst durch diese Beispiele selbst sehr viel lernen. Zumindest hast du die allerbesten Möglichkeiten, mit diesen ganzen Hilfen schneller voranzukommen, als wenn du dich da ganz alleine durcharbeiten musst. Hier haben wir dann auch zum Beispiel die Mitschnitte der Live-Aufzeichnung, die wir dann in der Facebook-Gruppe zum Teil hatten. Hier habe ich nochmal die Liste aller Erweiterungen, die jetzt aktuell gerade zur Verfügung stehen. Und hier sind dann auch die Projekte verlinkt, in denen diese Erweiterungen verwendet wurden. Weil das Schöne ist natürlich, dadurch, dass du alle Erweiterungen hast, kannst du natürlich auch oder können wir uns auch bei den Projekten austoben und dann alle Elemente verwenden. Und die stehen dir ja sofort zur Verfügung. Und auch wenn du nicht bei Facebook sein möchtest, hast du natürlich trotzdem Zugriff auf diese ganzen Projekte, die Erweiterungspakete und mindestens nachträglich dann auch die Live-Aufzeichnung. Und du hast ja auch immer noch die Möglichkeit, mit uns und dem Aquasoft-Support letztendlich direkt und viel schneller zu kommunizieren. Wir haben zum Beispiel Zugriff auf Pakete, die noch gar nicht veröffentlicht sind. Also wenn wir an einem neuen Erweiterungspaket arbeiten, dann erhältst du als Erster den Zugang dazu. Wir schalten das dann eben für die ganzen VIP-Mitglieder schon frei. Und dann kannst du das ausprobieren, uns auch noch Hinweise geben, was dir vielleicht noch fehlt. Und so auch die Zukunft mitgestalten. Und es gab auch schon den einen oder anderen Einblick, den ich sonst nicht so preisgebe. Nochmal zusammengefasst, was sind eigentlich deine Vorteile für den Club? Du bekommst alle Erweiterungspakete, du bekommst die exklusiven Projekte. Also die Pakete sind ja jetzt diese 29 Stück U-Design-Pakete und Diashob- bzw. Stages-Pakete. Dann haben wir die insgesamt aktuell 45 exklusiven Projekte, die du direkt benutzen kannst. Dann hast du generell öfter, eben gibt es diese Live-Videos, wo du teilhaben kannst, wo du da auch mit Kommentaren und so, also auch steuernd eingreifen kannst. Ja, also deine Fragen, auf deine Fragen gehe ich dann auch ein. Oder auch im Voraus, wenn ich dort Anregungen bekomme, dann weiß ich, in welche Richtung ich die Videos entwickeln soll. Die Gemeinschaft ist ein wesentlicher Punkt in der Facebook-Gruppe. Dort werden eben Videos geteilt. Du teilst deine Videos oder auch nicht, je nachdem, wie du willst. Oder siehst halt die Videos der anderen. Dann der Zugriff auf den Premium-Support, schnellere Antwort auf deine Anfragen und diese spannenden Einblicke, die wir sonst nicht so zeigen. Ich hoffe, wir sehen uns bald im VIP-Club.